Moin Ich weiß, dass es keine LPT ist Ich weiß, dass es keine LPT ist Das ist mir egal Weil ich wette, während ich den ganzen Mist hier streame, wird sowieso wieder irgendwer online kommen und dann natürlich schlafen Das ist die Masse Destervegen Jetzt muss ich noch etwas Rost haben, weil mein... scheiß... ...ultistream wieder zickt Na komm schon Heyyyy Na? Jetzt nehme ich meinen eigenen Stream Muhaha Bullshit Ich find's... was ich... was ich nebenbei witzig finde Wenn ich... ...in einem Spiel bin Was Fullscreen ist Dann landet meine Kamera automatisch Nur auf dem Bildschirm hier Wenn ich eine Anwendung spiele, die beide Bildschirme verwendet Dann habe ich die Kamera auch da oben Das heißt, ich kann mich entweder da betrachten Oder da oben Weil ich gucke einfach in die Linse, was komisch ist Vielleicht auch nicht Dann konstatieren wir da erstmal, ob Twitch so schlau ist und... ...weiß was Raser ist Ich glaub ich bin nicht dran Nein, Pokémon GO will ich nicht starten Hör auf Ja, ich spiele Pokémon GO Momentan ist es im Kosten Einfach gegen ein neues Update Und jetzt krieg ich meine Anwendung und so Und jetzt krieg ich meine Anwendung und so Haaaaaaah Ich kann das schon glaube ich nicht Ich kriege da hin Perfekt So Meine Zuschauer 1,8 Follower Schwierig Naja Jaaaaah Die Sonne ist wieder super Yeay Vertigo Nuke Komm, werden wir noch mal ein bisschen kreativer Workout im Crash Workout wird so beschrieben Wunder Sowas von schrecklich Anlass aus Wird so richtig richtig schrecklich Und jetzt heißt es warten Wird durch die Sonne die Zuschauer ab Wird durch die Sonne die Zuschauer ab Wird durch die Sonne die Zuschauer ab Was passiert Im Star Contest Hier gegen mich Beim YouTube Video Der Star Contest mit der Kamera ist wirklich schwierig Und ich sehe es jetzt schon kommen Wenn ich irgendwann mal großartig Anlass aus der Zuschauer ab Ich sehe es schon einen hater Kommentaren Waaah Du hörst den Weg beim Spielen Jaaaa Und? What happens? Was braucht den? Diese permanente Ruhe macht mich nur wahnsinnig Bei Musik gleich wenigstens ein bisschen Spannend Was ist das Leer Das heißt für mich dann Nach der Runde hier werde ich wagen Eier Eigentlich spielt der Zero oder zwei Ers mal zwei, fünf Eier Scheiße Ers mal zwei, ja Fack Maler Wieso im Moment wenn man morgens früh verpacken ist Keine Ahne was man gefunden soll Er hat noch mal Streaming gemacht. Was? Okay. Ich glaube so Toxel Schulz würde ich sagen. Die Deutschen sind noch gar nicht wach. Es gibt nur wenige in Deutschland, die diese Witzel zum zocken. Im Gegenteil, die gehen wahrscheinlich dann raus. Was aber verhindert ist. Ich geh doch nicht bei dem wieder raus, Alter, um noch mehr zu schwitzen. Junge! Ob ihr lachgesoffen habt? Hab ich gefragt. Schon ist mein FSC noch einmal. Er ist auch ungewinn. Du 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 du. ÄH! Nee. Morgen Frau. Ich weiß auch nicht, dass wir auch nicht haben. Ich weiß auch nicht, dass wir auch nicht haben. Oder wir fliegen. Nice shot. So musst Du es. Leute! Deploying-Degno. Als ob Du ein Snatch-Shot hast. Ja. Ich sage immer gib mir keine Acker. Ich sag's auf einmal geht's? Ob's auch Aufwärmfahrer oder so? Immer deine USPS Aufwärmen muss der Trick jetzt fahren mit Aaaaaaaaaaaau Arschloch Teeklau Bitch Jawohl Als ob hier ne Arme liegt Uuh Ich hab' ich so schnell Jetzt in der Aufwärmer läuft kannst du schief gehen Match 16-0 incoming Für die Mh Sigh Hat er sich jetzt auf Frost genannt? Auf Basieren von Tyron hieß W-Wett? Englisch ist das? Erstmal auf keinem Spawn stehen Ich hab' noch eine Aussetzung Ich hab' noch eine Aussetzung Ach, krein Oh, leil Ich hab' noch eine Aussetzung Ich hab' noch eine Aussetzung Ich hab' noch zwei gespautet Aber wenn ich da vor vier Brand wurde, schwierig oder? Ich hab' noch eine Aussetzung Ich glaube in deine P2P-Skills Ich hab' noch eine Aussetzung in der P2P-Skills So wie das Licht hier irgendwie. Keine Ahnung. Ja, noch ne Eko rein. P250. Beste. Let's go out! Kann ich besser damit umgehen als mit einem anderen. Olpi! Halt's Maul, Alter! Hier geht sowas von 100 Pro ab. Was? Die Schlagge meinst du? Hm. Ich hab's zurücksehen. Bloß ich da noch nicht gesehen hab. Na dann. Vielleicht ist der Urlauf wieder dabei. Dass er diesen Redausfall fuhlt. Die Julis! Wir haben einen Alfkler hier. Na dann nicht! Na dann! Sehr aggressiv auch. Schönen. Er sitzt auf der Kiste, natürlich. Überall wo ich nicht hingucke, ne? Aber hey! Jetzt ist Party angesagt, Freunde. Jetzt kommt erst die M4. Und wenn ich dann wieder genug Geld zusammen habe, kommt dann irgendwann die Autosniper. Dann wird's los. Okay. Als ob die A viel zu offen lassen. Jungs! Alles falsch bei euch. Au! Okay. Ich bin ein bisschen nach Hotshot-Crosshair und bin nicht in der Lage den zu nutzen. That's why I don't use them! Was? 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 Wieso hab ich da noch noch Blanker gehabt? Flucht in versichert! Feucht in versichert! Flucht in versichert! Och Gott, Jungs! Schafft es doch mal Atmenchen und so ordentlich, Minas! Was ist denn das für ein Team? Auf dem Gegner ständig auf Bafat! Deploying Flashbang! Defusing! Oh blöd! Was ist denn scheiß Ernst, Alter? Deploying Flashbang! Es ist Hilfe, Alter! Why? Why? Warum ist der Vogel dann bitte weggerannt? Schwäß! Weg! 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 Leading down smoke. Throwing fire. Ich weiß, dass du schon im CT seid. Okay, warum habe ich gerade kurz einen Blackstream? Was sollte der haben jetzt schon? Oh, jetzt ist er immer nicht mehr im Stream, oder? Wenn man als kompletter Nicht-Sniper hinnehmen muss, dann muss man einen Sniper rausfahren, weil das Restlicht eben komplett nutzlos ist. Ich weiß, er läuft ja nicht so groß. Jupp, eher erstmal reinhören wie der letzte Behinderte. Als ob die jetzt wieder rennen. Nee, vom Mittel. Okay, damit ich wieder raus. Was ist ein Maximpi? Okay, als ob wir noch einen T-Spawn hängen. Die leeren uns. Oh. Okay. Ich hätte gesessen. Gut, das ist der Film, das ist gut. BOOM, Junge! So muss man das machen. So muss man das machen. BITCH! Ich bin Autospieler. Ich habe nichts anderes. Ja. Wenn's ein Schicht. Ja. ! Schicht. RENADE OUT! FUCK IT! Scheiße, Mann. Ahhhh. Misch, will ich den Scout rausholen? Naja, Schottlensort. Naja. Kenas, mach doch mal was. Ich weiß nicht, dass der Carrier sein muss. Das klingt nach dem extremen Mittel. Naja, es klingt nach dem Wind. Schade. Dreamboar mit. Aaaaahhh. Wir haben kein Bock die Jungs. Man merkt's. Schwierig für mich. Naja. Ich glaube, es geht. Oh, der ist nicht mehr. Klatsch oder Kick? Ich bin ein Wontop-Kropotier. Oh Gott. Jungs! 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 Ob du da gesoffen hast? Na gut. Kein Lumpen. Jungs! Schade. Ich glaube, es ist 3. Ich weiß nicht warum. Schade. Oh, das ist eine 4-4-2-Klatsche. Jungs, das ist eine 4-4-2-Klatsche. Schade. Danke. Nice. Endlich kriegen die Jungs mal was hin. Meine Fresse. Das hat doch lange genug gedauert. Das ist die dritte Runde in der ersten Hälfte. Wir sind schon Runde 10. Geht gehen. Ei. Wie ist es hier schon gekommen? Ein Top-Favorite für die Seite krieg ich eh nicht raus. Passiert. Ich würde gerne Auto spielen, ich darf aber nicht. Ich darf kein Geld aufbauen. Das ist hier doch im Mittagdruck, dass er wieder so blieben wird. Ich kann aber überhaupt die SEM-Tracks wegnehmen. Leck mich doch am Arsch. Oh, bin mit half HP. Ah! Nein. Ich müsste noch was lösen. Ich zei, guys, ich zei... Ich würd ja fast schon sagen, das ist schon ein GD. Ja, das war die halbe HP-Arve. Schwierig. Jetzt ist alles voll HP vor dir. Ja, genau. Schade. Naja. Hm... 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 Als ob der sich ernst auf den Autopäne... Und der Typ beschissen ist in der Börne. ... 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 Fire in the hall. Let's do a double auto. nicht wahr Es ist B, guys. Ich seh's in den... Wie sagt er? Ah ja... Wie ist ein bisschen Party? Dann sind wir aber auf Mitte Wir kommen zu spät aus dem Sarge Viel zu spät aus dem Arsch Nix gut Waller Waller Bruder nix gut Ich glaub ich mach jetzt mal was ich sonst nie machen würde Mitte und einfach rein da Let's go Laying down smoke Throwing smoke Fire in the field Au Was im Spasti Was im Spasti Was im Spasti Er hat sowas noch auf mich abgesen der Wixer Was im Spasti Wobei ich mitgegangen bin oder bist? Ist das? Es ist weg Warte, du schmeißt, Alter da Mh hm Die Flats Perlösen Die Flats Perlösen Sprecher 2 Throwing fire. Deploying flashbang. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Ein netter Versuch. Umsetzung schwierig. Ah! Ich sag dazu nichts. Na komm. Spassleiche. Hält mir einfach die Diegel rein ey. Das war mein Endschweiß. Das war mein Endschweiß. Das war mein Endschweiß. Richtig scheiße. Ach doch der durch. Mitte durch gerannt ist. Was ist denn für eine Hatsch? Na mein. Ich feier so was für Sinn aber. Holly McCrady, Alter. Wo ist der Gegner hin? Ja, Seko. Schwierig, ne? Der Terrorist gewinnt. Dust nicht weiter. Dust nicht noch. Das war deine Aufschung. Dust nicht mehr. Einmal haben wir das. Es liegt mir in der Nähe. Dieser Kill wurde ihn gesponsert von NICHT gesponsert, ihrem Provider, um kein Geld zu bekommen für was immer sie tut. Ich sag's ungegern, aber heutzutage noch Tech-9 zu spielen ist Selbstmord. Als ob! Schade! Das war jetzt dein Tod. Halt rein! Nice. Das hat er nicht gehört. Und da hat er gleich jemand in der Flucht. Als ob er die Tür nicht gehört hat, Mann! Au! Zeit für die spaßigen Spielzeuger. Oh! Oh! Let's go! I will leave the way! Ich bin ganz bewusst. Ich bin ganz wichtig. Ich bin ganz wichtig. Ich bin ganz wichtig. Ich bin ganz wichtig. Das ist scheinbar für dich. So, jetzt hat er immer noch gelebt. Eins. Nein. Nein. I knew I wouldn't expect that one. Als ob er mit dem Knife reingeht. Ah, Junge. Das wäre ein Save-Raum gewesen. Du Spassi. Why the fucking Knife, Alter? Bruder. Nasenbruder muss losbluten. Was ist das? Oh wow, nein. Okay. A lot of things I didn't expect that one. Der Typ schmeißt weg mit Anderslaß. Der ist doch schon in Silberpier, Mann. Der Typ schmeißt weg. Aktivieren die Bombe. Wollen wir wegschmeißen, wenn wir nicht schon Silberpier ist? Es ist nicht gefährlich. Ich meine... Schnell ist... ...tehnisch Silberpiel. Ach, nein. Juhu, gib mir die Bombe. Gib mir die Bombe, B***ch! Grenade! Throw in the flashbang! I'll throw in the flashbang! I'll throw in the flashbang! I'll throw in the flashbang! No! 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 Just basically no! God damn it! I'm not about this life! Make it! I'm the sneaky bastard who comes from all directions! Young! Look at me! I don't appreciate this! Throw in the flashbang! Come back, brother! Don't trust me! You should be alone on the B, guys! We have to go back! Sorry! Sorry! Okay! So was I'm not sorry, dude! Smurf! I believe! With that score! Mmhmm! Cool! Let's go! Let's go! Let's go! Ah! Haha! I believe! Let's flow into the flashbang! He made a eye! And he said we're not sure! Halt, holen die Grenade! Grenade! Flip back! Wie oft soll ich noch reporten, Arschloch? Junge! Wer soll, Junge? Bullshit, halt's Maul! So was von überhaupt nicht! Machst du ständig mit Absicht? Seh ich nicht! What? Jetzt ist der Zeit! Falk! Fertig! Fertig! Na, willst du es versuchen? Entschuldigung! F***! F***! Letzten AP so schuss! Dang it! Alleine dem es der Landseige gibt, willst du auch schnell alles übergehen? Einfach purer Troi! Mehr ist der Typ nicht Und mit so einem Team muss man leben Das ist halt irgendwie so ein bisschen Troi Ich hab keine Dullis dabei, das ist ja Ich hab keine Dullis dabei Ich hab keine Dullis dabei Ihr seid aber fast Genau, Weiner So, eins kann ich spielen. Na dann. So, eins kann ich. 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 Oh, eins kann ich. So, eins kann ich. Okay, ich kann ich. Oh no! I'm not familiar with Discord. Guten Morgen, die Herrschaften! Und? Ah. Ich glaube, ich muss das schon lauter stellen. Deine Musik ist noch nicht ein bisschen lauter wie ihr. Ja, das ist wohl kein Problem. So soll das gehen. Ah. Sollte gut. Machen wir zu. Oh Gott, das hat ja ein Overlay. Geh weg. Ich will kein Overlay. Du streamst jetzt? Ja, ich streame tatsächlich. Twitch, oder? Mhm. Ich sag mir den Twitch, oder? Muss ich denn. Kann ich machen. Ahhhhhhhhhhhhhh. Will den Ding. Oh, der schickt einfach genau den dritten Link. Ja, erstmal, er schickt einfach genau den dritten Link. Sooo... Wo ich auch was? Gar keine eigentlich grad, weil es ist zu früh und ich bin allgemein so relativ unbekannt, aber... Ich hab halt Bock drauf, von daher mach ich's einfach. Ich hab's gut. Ich mein, wenn man's kann, dann kann man's halt. Dann muss man's ausnutzen. Kann ja was bei rumkommen, vielleicht. Maybe. Potentially. Du hast einen Zuschauer? Ja. Deine Zuschauer bin theoretisch gesehen ich, weil ich mein... Streamer noch auf, deswegen gucken wie's aussieht und so. Das ist jetzt schweibig noch. Ähhhh... Ist der gleiche Rechner, aber... Multistream. Also Multistream.am Weil ich auch gleichzeitig noch einen Stream von einem Kollegen von mir drin hab, ständig. Beziehungsweise von so einem Teamspeak-Owner. Um's genau zu sagen. Gut. Ähm... Ähm... Auch noch? Ja? Okay, gut, du bist da. Ich... ich bin da. Also, der Smurf von euer am Ziel war ich gut. Na, war auch definitiv ein Smurf, mit 100% egal Wahrscheinlichkeit, alter. Scheiße, der Typ war super. Ja. Junge. Katastrophe. Ich bin sorry, ich hab nicht gewandet mit der andere. Ich hätt auch nicht gedacht, dass ich noch so viele in der Runde hole. Mit der Auto. Hahahaha. Hahahaha. Ich hab dich unten gehört, dann in der letzten Runde. Und wenn ich runtergegangen hab ich... Hab dich halt so übel viel Lacken losgehoben da. Ja. Gut. Und ich hab mich... ich hab mich am Anfang so hart gearbeitet so krass, wo ich irgendwo vor war. Und wo ich die letzte dann so hart verfehlt hab. Oh je. Hatt ich keine Lust mehr auf das Game. Hahaha. Aber lief halt trotzdem ganz gut für euch. Na gut, mit zwei Trolls mit dem ist doch so schwierig das zu holen. Hach. Hach. Und du schwörst. Ejaaah. Zwei Trolls und ums Murph. Mhm. Hach. 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 Ich hab ne riesen gutes Spiel aufgesehen. Ja. Ja. Das witzige ist, am Ende des Games, was ihr nicht mitbekommen habt, weil ihr irgendwie überall auf der Map wart. Ja. Das Murph stand auf dem Troll. Ja. Sehr gut. Na das war aber auch für mich wie so ne Übelgesagt. Runde, wo ich mir das geholt hab. Ich hab... hier... Da muss ich... Und wo ich dann gestreben hab, hab ich auch geslurft, dass der eine... Dass der eine mit dem Team so was auf YouTube gesagt. Nö. Oh. Jaaaah. Das ist sowieso so. Heutzutage ist jeder Streamer. Punkt. Entweder macht jeder Videos oder jeder Streamer. Punkt. Ne. Ich nicht. NVIDIA macht möglich. Ja, ich auch nicht. Ich... Einfach nur... Langeweile. Boah. Ich schieße auch, weil der irgendwie ausmacht bei Discord. Tatsächlich ein bisschen da die drei Namen zu stehen. Nicht das wüsste. Äh, ja. Nicht das wüsste. Genau. Schwierig. Okay. So. Wenigstens ist es nur ein Name über den Map. Geht ja noch. Bei mir bin es ich. Ja genau. Bei mir auch tatsächlich. Das hast du bei jedem nach ABC Gruppen gesortiert. Immerhin etwas. Alle Immobilien sind in Schock. Huh. Ne. Oh. Oh. So. Wollen wir mal rauskommen. Evan. Ja. Das wüsste. Ach. Tee bei mir. Das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. Bringt hier doch meine Glocks. Das ist ja schwierig. Oha. Aua. Aua. Hey. Da hat gar keinen Bock. Na los. Okay. Oh. Mein Name ist wirklich schön. So. Mann ich will wieder Want. Und ich kann nicht. nicht. Ich konnte es mal. Das hab ich mir auch so genannt. Nämlich einfach wieder. Hier. Nach mich viel ans Wunder bis jetzt. Was mach ich denn hier ey. Ich treff nix. Mit der Diege. So. Ich hab dich einfach gemacht. Oh. Moment. Ich hab doch. Ach. Sa. Du. Töme. Ja. Nege. Fisch da. Ja. Kann so einfach. Hallo. Vor allem. Da dir jetzt noch ein 7 kostet. Äh. Es ist halt bad. Hey. So. Äh. Wo gehen wir hin? A, B, C. Ja genau. Erst mal auf die C gehen. Okay. Ja jetzt hast du sie aber. Auf die Doors. Jetzt gehen wir A. Was ist mein Name? Frage geklärt. Oh. Ich hab die Wetter kapiert. Oh leil. Ich bin jetzt zu dritt. Schwierig. Oh. Nice. Der One Kick war schön. Nice Leute. Komm. Klatsch oder Kick. Ja. Wir mussten Ace machen. Ace muss von sein. Oh. Nein. Guck mal das war nicht immer der letzte Ding. So drück ich immer. Ich mach alles so schön weg. Und der letzte immer komplett am rein. Aber wirklich immer. War das bei mir vorher nicht auch so? In der Runde gegen euch? Mhm. Und zwar. Den ersten hab ich auf B weggezogen. Dann noch drei auf. Ah ja. Und der letzte war dann das Problem. Ja genau. Ich weiß noch mit dabei wo soll kommen. Ich war dann. Wo ich das irgendwie vorher hatte. War ich dann so. Ganz knapp. Das war wirklich so. Millimeter. Rechts mit der Arbe daneben geschossen. Das war so schön. Und dann der letzte schon wieder. Ich könnte. Einfach. Was für den ist da ja. Netter Versuch. Oh der hatte Pro 9. Sorry. Andere war der. Genau. Uh. Ich hab gesessen. Oh. Oh fuck bro mate. Der Tag geht von hinten. Fuck. Okay. Er kommt wohl vom Popo Club. DOS. DOS. Wenn dust hier in, wuchs mal. Ich denke. Echt? Oh ja. Das war ja. Ich kenne den Überleg. Möchig. Jetzt hat ich den Aufēr. ganze Leute auch nicht. Oh ja. Ja. Ich öffne sehr viele Kisten, aber die prägen wir nicht, sie haben nur die Säden. Habe ich aufgehört nicht, nachdem ich einmal komplett 70 Ideen, 70 Euro reingeschmissen habe und nichts bekommen habe, nope, da komm ich mir die Sachen lieber selber. Ja, ist günstiger und gefühlt günstiger und besser. Ja, vor allem kriegst du dann auch was du haben willst. Ja, genau. Ach, fuck, der sitzt da in der scheiß Grube. LOL Ok, ich merke, warum brauchen wir CT-Runden? Ich brauche eine 6-7. Ich habe einen Skin, die haben mich getradet. Ja, du bist ja auch doof. Ja. Ok, ich habe ihn auch nicht mehr, war egal. War auch doof. Ich weiß. Aber das war der beste Skin. Ich will immer die Snake 9 holen, die ist auch krass. Ich mag das nicht, B zu gehen, ich gehe eigentlich immer. Mir gibt es jetzt nicht, dass er viel Ruhe aufkommt. Ah, lol. Keine. Ja. Wusste ich doch, dass die rüber pushen wollen. Von nah aus. Keiner. Die sind jetzt auch noch angerannt. Was macht eigentlich der blaue da? Ja. Aftasen. Ja. Werden. Und los. Nice. Na klar. Nice. Geh, ding. Die Farben. Scheiße. Rampe steht auf. Maa. Darum hielt er ich? Ja, du musst deine One-Taps beweisen. Kann ich aber nicht. Naja. das ist doch die richtige Waffe dafür wobei die Waffe hat ja nicht den richtigen Namen okay AWP ich hasse AWP ich kriege immer andere ich kann es auch nicht loben ich bin mehr so ein Autosniper Mensch ist er noch stürmer aber wo ist denn? hey aber ich kann damit umgehen warte ich habe nicht genug für was dann bin ich aber nicht hallo da wird CD-Richtiger Autosniper gekauft ich hab ne Nova ich mach's auch ok warum sind alle Deutsche auf Sliper 4 älterse ich bin 14 und alle sind so keine Ahnung mindestens 20 das versteh ich ja mal nicht oh fuck wahrscheinlich weil die jungen Leute an ihre geschossen kriegen ah die sind ja alle da musst du mal die beweisen du mal deine SG-Ski beweisen fuck 40 damage nur 3 AP kommen wir müssen jetzt töten den töten fäng ich in 3 Cent Skin geil Entschuldigung ich hab das eben gestern gesagt der wird von rechts geholt sorry ne der war doch Klug sorry ne der war doch Klug ach so Leute es war nur noch einer uff ok ja es war nur noch einer irgendwann Klug und ich denke es passiert wieder ich sehe die Backstream vom der 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 im Auto und es ist nichts passiert 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 ich habe nichts verstanden aber Zero Kick danke willst du dich boosten oder ja ja ok ok dann hoch mit dir auf rein bedroom ok ok einer hinter euch äh t spawn 1 ach ach deine müde blauze wieder da ja und macht nichts außer am spawn stehen 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 hier einer war hinter euch ähm wieso der macht nichts tja kann ich einfach rausschmeißen die körper schweiß da war mein kopf zu langsam mhm schlöre da war mein kopf zu langsam mhm jah jetzt habe ich mir die waffe gekauft wo der da braucht man kein klöpfchen da musst du einfach spray und spray und ok so ok 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 du hast eine P90 jetzt müssen wir nach B1 Na ja uncovered Ich hab einen Baseman Ja 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 Der ist runtergesprungen 490 regelt Nein Da ist er noch das ist aber noch ein schade schade aber pro 90 ist immer eine gute Waffe also direkt nochmal pro 90 finde ich super das ist argi ok wir hatten bisher die bestrunde unter wo ich mein A verkackt hab ich will nicht mehr ich denke in der Zwischenzeit mal auf B ah sehr gut ich hab so gesagt jetzt will ich klatsche und ich klatsche wenn ich klatsche und mach passiert sowas gehen wir nicht Doppel A bis Setup in A in B ey ok da ist noch einer lass ich ihn mal eher holen ja sorry nein ging nicht ja letztes auf B ok alles klar kommt wahrscheinlich T spawn ja soll auch euch oder auch nicht wenn du denkst du die Rampe mit hast jaii läuft bei dir da weißt du ob der eine B 90 für eine AWP wegschmeißt shame ja ja die kriegt jetzt wieder ja ok schauen wir wieder pro 90 ja ist wichtig läuft es hat auf A so gut geklappt ich jetzt nochmal A nur dass du feuernde flash schmeiße und dann reinrenne und sterbe wenn du dich erstmal boostest weil du dich erstmal selber flasht ne ja das ist wichtig erstmal selber flasht dann rein rein und verhägen so das sind auch die richtigen Prost-Plays natürlich was heißt hier Mitte Push Arschloch was heißt hier Mitte Push Arschloch seh ich anders moinchen oh ja siehste wer vom Teufel spricht geflasht rein tot der Wattfuck der Wattfuck naja war der letzte oder? Mann ich bannihoff den weg oh mein Gott ja sehr gut ich hab zu langsam gebannihofft nein er hat auch so wenn er den letzten macht ich den sehr gut aber wir haben das gleiche die gleiche Musik ich hab auch ja ich hab sowieso habe ich zwei Accounts hat andere Gründe ich brauche keinen Smurf ich musste mir aber einen zweiten Account machen wegen dem Spiel was ich haben wollte auf jeden Fall auf dem habe ich das andere Musikkit von Scum ah das Metal das heißt so Metal das finde ich auch geil ich hab dich gerade überjumpen gesehen komm her jetzt check in ach schon wieder eine Flashbank oh oh der Bot rennt jetzt jeet Bot beschützen ne Farmer sind ich mein eins muss wir ja zugeben der Bot ist ein super Kugelfänger jetzt ist es kein Bot mehr schwierig schwierig oh aber davon hat die richtige Waffe oh Leute Junge aus der Schulter Bitch nehm 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 ja ich hab gehört wenn ich das nächste Mal sterbe heißt entweder M249 oder Autosniper M249 jawoll ja natürlich nur das Beste vom Besten jetzt können wir eigentlich ein Pro machen hehehe ja wenn schon Silber dann richtig auch wenn ich die Negev besser finde aber egal die auch für besser ich weiß nicht also aus dem Laufen her finde ich die M249 besser aber wenn du die Turret Variante machst dann will ich die Negev 100 meinst du sagen weil 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 ähm weißt du ich bin jetzt wie so ein Apple Guru teurer gleich besser weißt du nehm ich hab ein teures Handy das ist natürlich besser als dein komischem Swillow Handy auch wenn es nicht so ist ja pack deine P90 weg Arschloch fuck die Bum 2 in vent einer P90 bzw mein SG jetzt ah einer ist gut hast du eh immer noch die P90 hatte hahaha ok erst die P90 wegschmeißen und dann doch wieder aufnehmen hm ach komm hast du immer noch genug Geld 3200 richtig jawoll mit nem ordentlichen Team gehts halt da kann man halt Geld scheffeln ahja und nicht so wenn man einen Troll dabei hat und einen Smurf der eigentlich ein Troll ist oh nein da sitzt ne Arbe oh im Ventraum oh da war ne Arbe im Ventraum oh oh ich geh einfach rein ich brauch die Bombe ne hinterlos da wirst du morgen oh la take care so kann es hätte ich auch machen nach Hause ja da ist ein Messer ich finde das geil ich wechsle ganze die Seite das Messer einmal rechts und das Messer einmal links ja auch welche war auf welche welche hand ich hab's nicht ich hab's auch recht aber nur weil ich nicht weiß wie ich es umstelle ich hab's noch nicht rausgefunden da gibt es ein kümmerant ja aber kann ich immer gehen ist ja auch in kals ich bin zu der rechten habe ich ich bin Ich bin links geblendet Ja, da kommen die richtigen Problechen Das ist ne tolle Waffenmuster Ich find sie super Die ist ja auch super Ich will nicht wissen, wie viele Kills ich damit gerade gemacht hab Ich hab gar nicht drauf geachtet 3 Setz es auf 1 Ah Ich spür das immer passiert Nein, nein Leider geht, äh, B So lange, versuch das zumindest Ja, da ist es noch Aber jetzt ist es weg Ja, da ist es weg Ja, da ist es weg Ja, da ist es weg LAY! 1-3 ist los Holy cow, das ist weg Fuck die Aua Was? Hast du aber getötet? M249 scoored Hey! Das ist kein neuer Ah ne, du hast ihn negat, ne? Hinter uns hinter uns Hau 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 Ich bin schon tot Ich war's gut Ich hab die noch nicht bei mir hier, weil der Koby Ich ran vor, weil ich hab nen 2 HP BUNNY BUNNY Ich weiß BUNNY auch mit der Waffe ist gut Ui Ui Ah Das ist der Lektor Ui Oh Hätt ich mit der, mit der hab ich schon BUNNY auch gerissen, hab ich weg Haha Ich kann ja BUNNY auch, warum man nicht rufen Ich weiß, ich kann ja so ein bisschen rum springen Hau fliegen Der trugt hier ein paar AK Nett Tja, das bin ich aber gar nicht Ich bin der SG Unkür sich BUNNY auch Nein, ich riecht Nein, ich riecht mich Nein, ich riecht mich Throw in smoke Dann geht wieder BF, wo der noch die ganze Zeit auf ist kämpft Seid ihr euch ganz sicher? Ja Weil ich mach mich mal kurz weg hier Ich mach mich mal kurz weg hier War vom Dorf Ich kämpf end Okay Lange hin Lange hin Lange hin Lange hin He kommt von hinten, Mitte Wow Okay Urgh, f*** Wie der Kärpfer sich vor mir fassend eh Eieieieieiei Shit eh Ja Da war der Trickshot Wer hat die Bombe hinter die Kiste gelegt? Ach Arlo, was machst du denn? Aber was bei dem Sniper gerade fehlt, ist der 360 Der hat ihn gehört Ja Echt? 1360? Ja Ja Na dann Wenn sonst nix ist Na gut, ist wohl nicht schwer, ich stecke noch vorig Gut, wieder zu Alpo, wir hatten SG Okay Es ist gill Wo immer hast du eh Boop Boop Nix Oh Ok, wir gehen Ah, hast du gehört Gib ich mal Boos Boop 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 Boos Boop Boop Boos Boop Boop Boos Ja, ich bin doch schon unterwegs So, danke für dich zu Boop Boos Erstmal, lamp da hinsprühen Zack oh ne einfach ah leid ok aktivieren facken ich bin dumm facken ziert ihr also, ok scout regelt gut hit nice ich hab einen impfsprung gedrückt als ob ich einen impfsprungi sei so piu piu gemacht dafür ist die scout da, jumpshots oder direkt nach dem spung schießen oder direkt nach dem spung schießen i would prefer going A i'll go B ok ich seh schon, dein inventar ist trats ums zusammenzufassen ums zusammenzufassen komplettes stat track, komplettes savenir und komplettes, äh normales inventar ja uff der krasseste skin ich hab das grad so durchgeguckt ah, messer, messer oh ja, messer ok also das jagdmesser find ich geil ich hab ja auch ein jagdmesser mein krasses skin, den ich hab ist mein usp skin ist 8 euro der ist einer geboostet öööhh okay einer 1,1 nie ach das armen ich seh bin weg nevamein, ich bin schweiß im stift ja wir müssen uns erstmal mit CTI ein grooven alles gut mit C ging's ja aber j genau ich hab leider ein kleines track7 Das war nicht schlecht. Also, die Reaction Time war... Habst du auch 2 Wunden? 2, 2, 3! Wisst ihr für was es reicht? Richtig, ne Swag 7. Jetzt glaube ich mach mit. Ok, ich mach meinen Schoen. Wir haben 3 Schoen. 4, weil ich so gehoffst. Ja klar, Schoen kann ich nicht. Ich hab 2 auf dem Master, ich hab 2 Leute getötet. Aber der hat nicht seine Grenzen. Sogar Ventrum? Ja. Ok, zu dritt durch Ventrum ist selten. Alles, der Riff. Stay on V. Through the floor. Oh oh. Ok, der hab ich weggesweggen. Wie? Achten sich in einen unter einem. Ah Lu, Gott. Ah Lu, Gott. Die Swag 7 regelt. Ah ne, das ist ja keine. Hm. Ach komm, wir nehmen wir. Du willst ne ordentliche Swag 7 haben. Oh Gott. Ja, ne Swag 7. Ich hab's noch besser, pass mal auf. Wo bist du? Ja. Hier. Den Scand hab ich auch noch. Swag Heaven, jawoll! Jawoll! Das ist gut, das geht. Heaven Guard regelt. Jetzt geht er nicht auf. Oh B. Die Swag 7. Jawoll. Ah, jetzt sind sie wieder auf B. Ok. Sie hat der Plastik Sniper auf 4. Als ob! 66 in 2, oh nö. Warte, Plastik Sniper regelt. Oh lol, 81 in 4. Das ist nur low HP auf B. Ich hab gegen die Sword auch verloren. Ohhhh. Oh, gar nicht. Hehehe. Ich hab den Plastik Sniper schon. Als ob du die ganze Zeit durch die Wand zimmerst. Ne, ich hab den Plastik Sniper noch ein bisschen zu rein. Hey. Richtig Sie. Was war das? Ehhh, Thomas und Docs. Einer von denen ist aber noch low HP. Tatsächlich. Ja. Ja. Der hat 66 Damage, also 1 go und dann ist tot. Oh, der Diegel. Oh ja, Diegel geht auch. Aber der Diegel muss direkt Headshot sitzen. Schöne Diegel nebenbei. Ich komme mit Silbersticker. Krass, ja? Ja. Ja. Los, go. Oh fuck. Sehr gut. Wieso bin ich so schlecht? Ich glaube, der Diegel glaub ich auch bei einem zweiten Plastik. Oh shit, sorry. Da kam die Nova. Ja, die gefährlichste, äh, das gefährlichste Scharfschützengewehr. NCS, die Nova. Stimmt. Mit Sicherheit. Die Neger für klein. Die Neger für... Wollen wir zurückgehen muss, die Nova ist wirklich eine scheiß Lange-Rage-Schworte. Nur... Sie fußt genau dann, wenn du's brauchst, nicht. Im Nahkampf keine Schnitte, aber auf der Entfernung. Easy. Ja. Headshots mit Haas. So, ich mach jetzt die kleinen. Ja. Kleinen. Oh Gott! Da kommt noch Pro 90 durch die Mitte. Okay. Oh, Wend kommt auf. Ah, das war nur ein Hit. Ja, genau. Deploying, Flashbang. Vorgestellig. Ja, größer. Ramps, äh, Highway einer. Flashbang. Genau der. Ja, ich sollte mal auch so drauf gehen, jetzt würde ich nicht auf den Spiel. So wie der Zohle, das ist für mich oft. Ja, ja, ein, 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 ein. Ja, ein, 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 ein. Ha. Okay. Okay. Per, per. Echo, okay, erst mal Nova. Was? Was, Echo? Erstmal M249. Wie erst damit? Ja, na wohl! Ah, M249 mit Haas. Also meine, 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 meine AWP sind die übrigens krank. Ja, ich hab schon krank. Das sieht richtig aus. Ja, A, A. Und B. B, zwei Stück. Erstmal Spray, ne? Ganz wichtig. Erstmal ein Schweinchen drauf spülen. Erstmal ein Schweinchen. Erstmal ein Schweinchen. Mein Freund muss sich hier hin, das ist ein Schwein. Und Schweine! Greenplay muss ich richtig hin. Ich mag mich nicht. Ah, schade. Ja. Ich habe eine Idee. Erstmal ein Schweinchen. Erstmal die Haie fressen. Dann von... Oh, Jo. Oh, Feuer fressen. Und dann... Oh Gott. Schade. Verlassen. Calculated. Aber, was was? Es reicht immer noch für ein Schweinchenchen. Fick. Ich hab mir mal. Ah, ja. Ich hab eine Idee. Ah, ja. Ich hab einen Tackenscheiße. Let's see if it will work. Genau. Meinst du, ich suche dich auch immer den Weg des Kriegsbedefterns. Genau. Also dich selber. Eigentlich schon, ja. Au. Oh, ich... Ich sehe, die kommen auf D. Einer nur. Bisher. Einer nur. Aber das ist die Bombe. Okay, dann... Das ist auch die Bombe. Doch. Uh. 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 Dann sind sie durchfällig, ich glaube. Das weiß. Ich hab den 92 mit zwei Trevern gegeben. Das kann doch wieder nicht. Uh. Uh. Meiner. Kleine dritte gerade rechts. Vorsichtigweise. Los, Ritz, Spinn. Du bist ein Spinn. Schade. Ach, Schade. Ach, Schade. Ach, Schade. AK Fehlfunktion. Schwierig. Ja. Ich mag das Spinn. Ich mag das Spinn. Deswegen sprillst du's ja auch. Weil du's nicht magst. Ok. Let's get this on Okay Keiner so richtig Das ist eine A-K-Komm, Fint Er hat gesehen, gehen über Highway Wie du schon sagtest, aus der Nähe bringt's nichts Aus der Nähe fliegt das Ding durch, die Gegner durch Ich habe einen gewonnen, ich bin glücklich Mein Leben ist hier, wo er reint Soll ich es hier doch versuchen davon So, super rustig, hab ich gehört Das war Insanity area out Ow God Avin, bitte Grenade out Avin, missen Ja Oh, was, da sind ja noch zwei Ballen Nice So, der Helm noch geholt War am Nachladen, das ist so unfair Sehr schön, Alu So, am Nachladen denk mir so, oh, kommt ja keiner mehr Sie kommt so, oh, lol, zwei Stück, upsie Ich pass mich mal Alu-Kart an, hab ich gehört Möge Lummi schon in Ossity Gaming gut in mir sein Hm Ja Super rush B, immer Ja, okay Die kommen B Ja, es ist Braille Braille, es ist fertig Achso Oh, nee, da sind noch, da sind noch drei Jetzt waren sie leer Aaaaaaah Alle drei sind tot So Ja 3 3 Wolle ich woher bin kurz ein? Schön, dass sie vier gemolid Wolle ich nicht sein? Wolle ich nicht sein? Dein Movie-Trade Kann man überhaupt durch, woher bin? Wo? Weiß ich, ich will, ähm Ich will kurz ein durch Smoke Oh, okay Oh, okay Oh, my God Kann ich aufgrund? Oh, nein Mach uns krasses Movement Nein, ne, vermeint, ich mach keinen krassen Movement Der Sprung runter war dabei wichtig, da wird wieder zu Oh, mein Gott Genauso wie man nicht den Gegner mitbekommen, aber hey Ey, ich wollte nur ein bisschen jahrelang machen, das stört mich, ey Schlimm, Alter Don't do Don't Pass auf Hahaha Als ob der damit durchkommt Wow GG Wir gehen verkaufen Hab doch nicht mal ne Eco, was? Wie bitte? Ich brauch ein großes Spielzeug Ich brauch großes Spielzeug Lack, Lack Lack Autosniper oder eben Und, ähm Tatsächlich auf CT, hauptsächlich die Autosniper Da ist der Team Crimson am Start Knife, Deagle und Autosniper, Crimson Web Oh, oh Bauern mit, Koi Du bist ja, Benz Einer Smits Zweiten Benz Ja Einer Smitsa Lack, Lack Lack, Lack Lack, Lack Lack, Lack Lack, Lack In der Türs Er war in der Türs Oh Gott Jetzt ist Benz Benz Die Würstchen Die Würstchen Die Würstchen Ja Die Würstchen Die Würstchen die Würstchen Die Würstchen Die Würstchen Die Rücken Die Würstchen Der Wur PRESIDENT He? Er hat doch ne AK Ja, mhm, delicious. Ich liebe diese deutschen Namen nicht. Ja, zum Beispiel den Kappel-Urla-Volle-UFPS-Drehmoment. Oh ja, bitte. Der hat mich gerade eins noch. Ich war hinter der Wand, hat mich genauer auf den Hedgehog gebrochen. Was nicht. Ey, ey, ey. Ich hab den Revolver-Grimm gesucht. Hab ich auch. Ah, du kannst du ja schweißen. Uh, nö. Boah, der Bester, Wahnsinn. Oh, delicious. Oh, Diegel, delicious. Doch, noch mal deinen Diegel. Oh, mein Kollege ist online. Ich werde verrückt, Digga. Glaub, ich dreh noch durch hier. Oh, so, das ist ja auch so die gespielt jetzt. Oh, fuck. Ja, ach, ach so. Ah, ja, ich... Flash B. Ich dachte, du hast eine Max-Haven getroffen, hm. Okay, ein Vier auch nicht schlecht. Flash B. Oh Gott, ich werd alle drei schon vor dir stehen. Scheiße, die sind schon auf B drauf. Oh, das ist mit Hass durchgewandt. Hä? Die Crimson regelt. Oh, loll. Ich hab einen Team verlegen. Oh, die. Da Lumpenzöpfe. Oh. Oh. Heaven. Oh, 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 eh. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Ja. Ja. Oh, eh. Ja. Ich brauche, der Grön ist wohl an. Der Hoden-Kobold. Verkackt. Die Runde ist gut. Ne, ist nicht vorgeschrieben. Kann das an den Hoden. Ich glaub an ihn. Ich glaub nicht mehr an ihn. Ich glaub doch noch an ihn. Zeit ist vorbei. Ich glaub nie wieder an ihn. Ja, jetzt ist verkackt. Ja. I stride off. Ah, schade. Schokolade. Hä? Oh, goy. Verbindungsprobleme. Schwierig. Verlassen. Tschüss. Okay, ich hab mir ein großes Spielzeug geholt. Tadio. Ah, die rennen wieder auf B. Hm. Mhm Ah, wer ist meinTC? Pro 90 F%$ my life, alter er kann mich sehen, aber ich ihn nicht Meeee So, dann müsste es irgendwie schaffen Außer so krass nur diegespieler, yo weiss ist er nicht warum sind nicht alle schon so angehittet bei mir ist das nicht so der muss rein was ist das scheiße die rexheit noch niemals bin ich weg 7 ok nova pro 90 wer braucht schon bester na das stimmt auch wieder machst ja eh noch sprayen sprayen richtig hab ich dann wieder auf B drauf ich selber ja einer hinten in Toxic einer zwei links ja ich und meine Nova ich hab meine MP noch renn jetzt rein der Bummis A gehen weggelaufen also du willst ja nicht eine P90 ne ja erstmal nachladen R R ja drücken ja oh Mann haben wir ok ok jetzt müssen wir hier go go gadget machen ich merke das schon das war es ja in der ecke das mutter mit das mit mit das mit 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 h mit 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 oder me mit 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 Negev! Auch nicht schlecht. Ich glaube es ist noch gut. Jetzt muss der Strahl rausgeholt werden. Die Swag7 darf mit der Ritten, yay! Deploying, verstehe. Ah, safe, Digger. Siehst du? Schneider gedrückt habe ich den. 10H. Ja. Ja. Seiner war fuß. Nein, hier lag doch noch gerade eine Arme! Oh, Mitte! Ach, der ist runtergesprungen. Ja, Arme, Mitte. Geat! Geat! 1Tap! Ja, 1Tap mit der Max7! Haha, gut! Na tschüss! So geht's! 1Tap mit der Max7! 1Tap mit der Max7! Als ob ich immer noch selber 4 bin! Meine Fresse! Ja, ich bin immer noch selber 3! Ich bin immer noch selber Lead Master. Ah, wenn man aus der Silberhülle nicht mehr rauskommt. Ganz einfach. 1Tap mit der Max7! Mh, ich muss nur so 10 Züge nutzen essen. Ich konnte mein Gamer einspielen. Diesmal Disco, oder? Tschüssi! Tschüssi! Ja, tschüssi! Ach! Na! Was hat denn der jetzt gesagt hier? Der Homo! Gut! Dann mach ich auch mal einen Abflug! War ne schöne Runde! Ja! Äh, bis irgendwann mal vielleicht eventuell! Man war es ja nie! Genau! Ich hab euch jetzt in der Freundeskarte von da ja! Äh, man trifft dich ja immer 2x im Leben! Oder wie war das? Genau! Ja, mach es mal gut! Vielleicht, äh, ergibt sich ja dann mal irgendwann noch, vielleicht später nochmal! Genau! In dem Sinne, Sayonara! Ja! Tschöö! Mit dieser Enttäuschung, dass wir noch selber 4 sind, Zug ins Zelt. Peace.